Dr. Hans-Georg Maaßen holt in einem neuen Interview zu einem Rundumschlag gegen die aktuelle Ampelpolitik, aber auch die vorherige Merkel-Politik aus und damit sanftes und frohes neues Jahr, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wie könnten wir dieses Jahr besser starten, als mit einer Politikanalyse zu diesem überaus spannenden Interview, was ich hier bei Epoch Times gefunden habe. Und es gibt hier mehrere Kernbereiche, auf die sich Hans-Georg Maaßen bezieht. Und was ich insbesondere an Hans-Georg Maaßen in der aktuellen Situation so schätze, ist, dass er mit einem sehr klaren und rationalen Verstand die Dinge analysiert und aber auch, und das ist ja eine Sache, die man insbesondere bei Union-Politikern nicht mehr so häufig vorfinden kann, auch klar benennt. Gehen wir jetzt mal einfach die einzelnen Bereiche hier durch und dann sehen wir schon direkt, was Sache ist und wie Hans-Georg Maaßen hier direkt Tacheles spricht. Als erstes geht er nämlich kurz auf die neue Sarah-Wagenknecht-Partei ein und sagt einfach direkt, dass es sich dabei gar nicht um eine neue wirkliche Partei handelt, sondern einfach nur um eine sozialistische Abspaltung und dass diese zwar durch aktuell noch, obwohl das schon nachgelassen hat, ziemliches Medientam-Tam und Medientrubel eben halt öffentlich gemacht wird, dass aber bisher noch nichts wirklich substanzielles Politisches an Inhalten kommt und dass sich daran die Partei in Zukunft messen lassen muss und er bezweifelt hier massiv, dass in irgendeiner Art und Weise etwas Neues, was abseits des Sozialismus ist, passiert. Insbesondere sagt er sogar, dass die Altparteien eigentlich eine Art neosozialistische Ausrichtung mittlerweile haben, angeführt damals durch die ganzen Umstrukturierungen von Angela Merkel und was jetzt durch die Ampelpolitik im Endeffekt noch fortgesetzt wird. Dann geht hier der Fragesteller auf BDI-Chef Russwurm ein, der ja gesagt hat, also es ist ein Unternehmer und Wirtschaftsverband, der gesagt hat, die AfD sei schädlich für Deutschland und er sagt, wir erleben derzeit die Deindustrialisierung, viele Unternehmer und Selbstständige verlassen das Land oder sind auf dem Sprung. Über 250.000 Deutsche haben 2022 das Land verlassen, also Hans-Georg Maaßen sagt das alles, ja nicht mehr der Russwurm. Und die AfD stellt nicht den verantwortlichen Bundeswirtschaftsminister und ist auch nicht Koalitionspartner der Regierung. Na bitte, das ist genau das, was ich auch immer sage. Zum Glück gibt es noch andere Menschen, die das ähnlich sehen. Und er sagt halt eben auch, dass nicht die AfD, die halt in der aktuellen Opposition ist, verantwortlich sein kann für eben die aktuelle nüchterne Faktenlage in der Wirtschaft. Er sagt hier weiterhin, die Verantwortlichen beim Namen zu nennen und die Schuld für die schlechten Zukunftsaussichten der deutschen Wirtschaft in einer Oppositionspartei zu suchen und nicht in den Regierungsparteien und in der neosozialistischen Ideologien dieser Parteien. Und das sehen wir ja auch aktuell sogar bei der FDP mittlerweile. Die unter Christian Lindner, muss man nun mal einfach leider so sagen, immer weiter und weiter jetzt seit der Regierungsbeteiligung nach links gerückt wird. Da kommt nachher noch ein Video hier zu dieser FDP-Befragung, die ja aktuell stattfindet und jetzt beendet wurde. Aber machen wir weiter mit dem nächsten brandheißen Thema, was Hans-Georg Maaßen hier anspricht. Und zwar geht es hier um die Persona Friedrich Merz und die Führung der Union. Und auch hier muss man sagen, völlig richtig, was er sagt. Eine klare Opposition zum Neosozialismus, ohne Wenn und Aber und ohne ein Herumgeschwurbel, wie in dem Entwurf des Grundsatzprogramms, das vor einigen Wochen durch das Internet ging. Die Deutschen erwarten von ihm ein Ich-habe-verstanden und einen klaren Bruch mit der katastrophalen Merkel-Zeit. Die Merkel-Union ist hauptverantwortlich für die Situation, die wir hier erleben. Es waren Frau Merkel und ihre Union, die in ihren 16 Regierungsjahren Deutschland direkt in den Abgrund geführt haben. Das heißt, er hat gesagt, im Endeffekt, Merz sollte die Brandmauer zum Teufel schicken, Verantwortung übernehmen. Und er könnte dann auch sogar ohne Probleme Kanzler werden, indem er halt eben unter einer schwarz-blauen Regierung eben das Land führen würde. Und es wäre ja auch völlig egal dann, was all die ganzen Ampelparteien dann noch machen und sagen würden. Weil die hätten die absolute Mehrheit, könnten ohne Probleme eine wirkliche Alternative bilden, genau dafür ist eben auch Hans-Georg Maaßen, wie er hier sagt. Aber wie man ja sieht, wird sich das wahrscheinlich auch im neuen Jahr nicht wirklich aus Sicht der Union hier ändern. Dann geht es noch weiter mit dem Thema Bürgergeld. Und jetzt wird es richtig spannend. Denn auch hier endlich mal jemand, der richtig Tacheles spricht. Ich habe ja schon zahlreiche Videos auch darüber gemacht, über Bismarck bis Machiavelli und den Wohlfahrtsstaat. Und dass es eben ein immer häufiger erklärter oder auch indirekter Wunsch ist, zahlreiche Altparteien, die Bürger nicht nur durch ein Bürgergeld und so eben dazu zu bringen, sie zu wählen und diese Geschenke zu machen, sondern worum geht es immer? Es geht um die Abhängigkeit. Hier schreibt er oder sagt er, das Bürgergeld ist ein sozialistisches Ideologieprojekt, das in der Praxis dazu führt, dass Menschen vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden und vom Staat abhängig werden. Ganze gesellschaftliche Milieus sollen anscheinend vom Staat und damit von einer linken Politik abhängig gemacht werden. Und das hat nur noch am Rande etwas mit wirklicher freiheitlicher Demokratie zu tun. Denn freiheitliche Demokratie lebt davon, dass wir hier selbstverantwortliche Bürger haben, die auf eigenen Beinen stehen. Auch hier absolut korrekt, was er sagt. Und dann geht es im Abschluss dieses Interviews noch um das Thema Justiz und Unabhängigkeit der Justiz von der Politik. Hans-Georg Maaßen sagt hier, dass es unbedingt wieder eine völlig getrennte Politik von der Justiz geben muss. Und er spricht, das wusste ich nämlich gar nicht, wenn man hier kurz mal reinschaut, dass Merkel damals ihre stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zum Gerichtspräsidenten gemacht hat beim Verfassungsgericht. Die Art der Besetzung des obersten Gerichts und die inzwischen bekannt gewordenen Dinner der Richter mit Kanzlerin Merkel und die Vorabinformationen über Gerichtsentscheidungen beschädigen den Rechtsstaat massiv. Und gleichzeitig geht er hier auch noch kurz auf eben die Bauernproteste und die Medien ein und sagt, dass es auch Aufgabe der Medien sei, nicht irgendwie etwas zu versuchen, klein zu reden, was gegen ihre politische Agenda sei, sondern dass sie neutral berichten sollen. Und dass es halt eben bei den Bauernprotesten durchaus zu einem noch größeren massenhaften Protest kommen kann, dass die Bürger nämlich mittlerweile nicht mehr so schläfrig seien, das ist sein Zitat, wie noch irgendwie in den letzten Jahren. Und dass man deshalb eben auch mal die tatsächlichen Belange und die Politik, die die Bürger haben wollen, umsetzen sollte. Also ich muss sagen, es wäre natürlich wirklich gut, die CDU würde Hans-Georg Maaßen wieder vollständig in die Parteilinie integrieren und würde ihm auch ermöglichen, in der CDU richtig vernünftige Politik mitzugestalten. Man muss sich auch einfach immer mal vorstellen, was da alles von links und von grün eben auf noch die neuen Gesetze, auf die Politik des Landes hinzukommt, wenn man sich einfach anschaut, bei den jungen Sozialisten, also bei den Jusos. Das habe ich neulich auch hier diskutiert. Das ist immer wieder so interessant, auch wenn man sich mit Leuten unterhält, die eigentlich so irgendwie so eine Partei wählen, aber vom politischen Alltag irgendwie so gar keine Ahnung haben. Da habe ich nämlich diskutiert, erst neulich hier mit einem ehemaligen Schulfreund, dass eben die jungen Sozialisten gerade durchgebracht haben, auf dem Parteitag, dass es eben eine Vermögens- und Abgabensteuer geben soll. Und dann meinte der, hat der so abgewunken, hat gesagt, ach, das ist doch völlig egal, was die jungen Sozialisten sagen. Da muss sich ja die SPD-Parteispitze gar nicht dran halten. Das heißt, der hat gar nicht verstanden, dass wenn auf einem Parteitag richtige Beschlüsse und so gefasst werden und es zu einer Abstimmung auf einem Parteitag kommt und diese Abstimmung dann die Mehrheit erhält, dass das dann offiziell die Parteilinie ist. Das hat er noch überhaupt gar nicht mitverstanden. Und all diese ganzen Dinge, die kommen ja eben von Seite der Grünen und von der SPD und so weiter. Und da ist es umso wichtiger, dass sich eben auch bei der CDU eben viele Leute für eine freiheitliche Politik aussprechen. Und Hans-Georg Maaßen ist eben einer, der meiner Meinung nach das durchaus in der Union sein könnte.